Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Extreme Felgenreiniger Plus ist ein hochwirksamer Spezialreiniger in der praktischen 400ml Spraydose. Man kann ihn für alle Stahl- und Alufelgen benutzen, auch für verkromte und polierte Felgen. Besonders die Räder haben nach einem langen Winter gelitten. Bremsstaubsalz und Schnee haben ihre Spuren hinterlassen. Der Reifenwechsel ist der ideale Zeitpunkt, um mit dem Sonax Extreme Felgenreiniger Plus zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Der Wintersatz wird gereinigt vor der Einlagerung, die Sommerräder werden so behandelt, dass sie sauber in die Saison starten. Der Sonax Extreme Felgenreiniger Plus entfernt schnell und mühelos selbst hartnäckigste Verschmutzungen, wie eingebrannten Bremsstaub-, Öl- und Gummirückstände, sowie sonstige Straßenverschmutzungen. Dank eines breitflächigen Sprühstrahls lässt sich der Extreme Felgenreiniger Plus sehr sparsam und gleichmäßig verteilen. Der Inhalt der Spraydose reicht für die Reinigung von 12 bis 14 Rädern. Schwer zugängliche Stellen auf den Felgen erreicht man besonders einfach mit der Sonax Felgenbürste Ultrasoft. Die rötliche Verfärbung des Reinigers signalisiert das aktive Lösen des Schmutzes von der Felge und ermöglicht so eine optische Kontrolle seiner Wirkungskraft. Das Besondere ist, dass er garantiert säurefrei ist, das heißt, weder die Felgenoberfläche noch die Radbolzen werden angegriffen. Mit dem Hochdruckreiniger werden die Felgen danach abgespritzt, anschließend mit einem Tuch getrocknet. Untertitelung des ZDF, 2020